Ist toll, weil es eine Geschichte erzählt. Und vieles, was man hier sieht, das ist Produkt unserer Arbeit. Das ist das, was für mich Museum lebendig macht. Nicht forschen für sich selber, nicht forschen für irgendeine Institution, sondern forschen für die Öffentlichkeit. Wir sind ein Portal für unsere eigene Forschung hier im Haus. Das ist schon bollenstark. Ja, also es ist praktisch die gesamte Naturwissenschaft abgebildet. Wir sind ein naturwissenschaftlich orientiertes Haus. Das heißt, man sieht Biologisches und zwar in Form von einem Vivarium. Das ist so etwas Ähnliches wie ein Zoo mit Fischen, Reptilien und Amphibien. Und unser Schmuckstück ist ein riesiges Seewasser-Aquarium mit 15 cm dicke Scheiben, wo nicht nur ein Korallenriff mit Rifffischen drin ist, sondern auch zwei schwarzspitzen Riffhaie drin rumschwimmen in quasi ihrer natürlichen Umgebung. Und darum gibt es einen ganzen Haufen Tiere zu entdecken. Für Kinder ist Vivarium auf jeden Fall der absolute Renner. Also ich gehe sehr gern zum Griechen Sirtaki. Die ist in einer Parallelstraße hier. Die haben die beste Lammhackse des Universums.